Hier nicht mehr treffen kannst du, siehst du wie lost du bist? Er hat uns selber nicht getroffen, was laberst du? Junge Minigun! Minigun! Was soll ich machen? Hallo? Wo bist du? Mann, lauf nicht hinter mir her! Like dieses Video und abonniere meinen Kanal innerhalb der nächsten 5 Sekunden, oder? Ach kommt Leute, ihr wisst doch, es passiert doch sowieso nichts. Würde mich trotzdem freuen. Leute, ich bin jetzt gerade mit Vivi in der Runde. By the way, ich werde sie gleich mal fragen, was sie jetzt hier zu meinen Haaren sagt, Leute. Wir in der letzten Challenge und ich werde am Ende jetzt, in der Mitte der Runde, Vivi einfach mal kommende zu Ragen bringen, Leute. Ich will mal schauen, wie sie darauf reagiert, weil ihr wisst schon, ich wäre auf dem Date mit ihr und so. Und ich will einfach mal schauen, wie sie eigentlich so reagiert, wenn ihr so ein bisschen am Zicken ist. Deswegen, Leute, ich muss erst mal entmuten, sonst merkt sie noch irgendwas. Vivi, hallo? Wie geht's dir? Hallo Max, wie geht's dir? Hä? Also mir geht's schon mal gut. Ich meine, wir zocken gemeinsam. Du's, ich zock du's mit dir so. Aber mir kann's nur gut gehen, so weißt du, wie ich meine? Okay. Also mir geht's eigentlich auch ganz gut. Okay, ähm, ich weiß jetzt nicht so. Du kannst dich ja, denke ich, an die letzte Challenge erinnern. Ich wollte ja auf ein Date mit dir und du hast ja gesagt, ich soll jetzt so ein paar Aufgaben machen und unter anderem mir die Haare blond färben. Was sagst du jetzt eigentlich zu meinen blonden Haaren? Hast du's gemacht? Ja, schau mal. Hä, oha, das steht dir voll. Das sieht richtig fresh aus. Oha, Leute. Sie fühlt sich einfach... Hä, danke. Okay. Bitte. Ähm, und jetzt muss ich dich noch mal so fragen, so, alles so. Ich darf ja jetzt aufs Date, so, weil du meinst, es sieht cool aus. Also hab ich ja eigentlich die Aufgabe auch verstanden, so, oder? Äh, ja. Okay. Ähm, hast du schon eine Idee, wo du dahin willst, wann, wo oder so, weil... Äh, tatsächlich nicht. Gerade geht's ja nicht. Äh, aber sonst eigentlich so früh wie möglich, oder? Oha, oha, Leute. Ähm, jetzt muss ich dich fragen, so, ähm, was findest du... Welche Blumen findest du eigentlich so hübsch, so? Was fühlst du da eigentlich am meisten, so? Eigentlich find ich Tulpen richtig schön. Hä, du findest Tulpen? Äh, Leute, wartet mal, passt mal auf. Ich bin einfach ein richtiger Gangster, Leute. Ich hab einfach Tulpen. Die fühlt sich bestimmt so hart. Also seid mir ehrlich, schreibt in die Kommentare, wenn ich mir die aufs Date gehe, wie sich die Tulpen fühlen würde. Du merkst, hallo? Ja, wie war's los, ja? Äh, ich mag Rosen. Kennst du Rosen? Rote Rosen sind viel, viel schöner. Hä, Rosen? Die sind viel besser. Hä, warum jetzt auf einmal Rosen, Leute? Wisst ihr was? Egal. Egal, Leute. Ich hab jetzt leider keine rote Rosen, aber ich glaub, zu pink fühlt sich sehr viel mehr. Also, Wimmi, wenn ich jetzt so pinke Rosen hätte, so, würdest du auch pinke Rosen fühlen, so? Hä, pink ist viel besser wie rot. Hä, echt? Oha, okay. Also, es war sowieso nur eine Frage, so. Also, ich mein so... Ja, okay, so, okay, entspannt. Ähm, jetzt weiß ich nicht, so... Ich hab ja immer noch meinen Ochi-Account, so. Also, ist jetzt schlimm, wenn ich den jetzt nicht gelöscht hab, weil du musst verstehen, so, den... Das kann ich nicht machen, so, weißt du? Den kann ich nicht einfach so löschen, so. Das kann ich nicht machen, verstehst du mich? Ja, alles gut, alles gut. Okay, okay. Okay, Leute, bisher war sie ja eigentlich richtig chillig zu uns. Also, ich glaub, sie fühlt die Haare auch so. Aber, Leute, ich mein, ich werd's jetzt einfach mal so ein bisschen provozieren und... Ich werd einfach mal schauen, wie sie so drauf reagiert, wenn wir sie jetzt so ein bisschen provozieren. Wir schauen einfach mal. Ähm... Herr Bibi, komm mal zu mir, so. Komm mal her. Von mir ist ein Gegner, von mir ist ein Gegner, Bibi, pass auf. Alles gut, den kurzbestimmt. Oha, mein Blut! Ich hab einen Hit, zwei, drei... Okay, das ist, äh, White Life. Ja, aber, hä, aber warum hast du ihn nicht gekillt? Bist du... Hä, dein Aim ist grad nicht so gut. Kann das sein, Bibi? Äh, ähm, oha, ja, ja, kann sein. Ja, komm, den musst du holen, Bibi. Ey, du... Oh mein... Hä, was machst du denn? Komm, du kannst du dich bitte holen. Ja, aber, hä, warum hast du die nicht geholt, Bibi? Ja, ich hätte jetzt echt gedacht, dass du die holst, Bibi, bin ich dir ehrlich so. Naja, egal, wir gehen einfach in die nächste Runde rein. Ey, Leute, wir haben... Ich glaub, sie ist jetzt schon ein bisschen genervt. Egal, wir gehen in die nächste Runde rein. Und glaub ich, wir hätten sie noch richtig hart zu rage springen, Leute. Aber passt auf, auf jeden Fall. Äh, Leute, wir sind jetzt hier gelandet in der neuen Runde. Ähm, ich weiß nicht, Leute. Wir werden jetzt Bibi richtig zum Ausrasten bringen, auf jeden Fall. Hä, Bibi, was war denn da eigentlich gerade los? So, du warst irgendwie grad nicht so gut, kann das sein? Ja, ich bin noch nicht eingespielt. Hä, ja, aber du warst mal viel besser. Warum bist du heute so schlecht? Oh mein Gott, ich bin schon untergefallen. Hä, du bist ein bisschen lost heute, kann das sein, Bibi? Einfach irgendwie? Warum bist du so aggro? Hä, ich bin ja nicht aggro. Ist heute irgendwas passiert oder so? Ähm, nee, nee, du bist grad irgendwie, keine Ahnung. Du bist einfach ein bisschen schlecht gerade irgendwie, wenn ich das so sagen kann. Ich komm nicht mehr hoch, ich hab keine Mets. Nein, dann fahren doch einfach welche, hä, hast du's verlernt oder wie? Ich war... Hä, fahren doch einfach, hast du's vergessen hier? Du bist halt irgendwie aggro, oder? Ja, ich bin nicht aggro. Ja, ist gut so. Willst du einen Biggie haben? Nee, nee, behalte ruhig, alles gut. Hä, ist alles gut mit dir? Hä, ja, alles gut, alles gut. Ehrlich? Ja, ja. Aber ich weiß, also ich... Nee, 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 aber du bist halt einfach nicht so gut so. Also, keine Ahnung, du bist halt einfach lost halt. Leute, am besten, ich werd mal gucken, warum ich irgendwo diese Clibia mich nicht finde. Ich glaub, damit können wir sie richtig auf uns nehmen. Vielleicht, mal schauen wir uns, vielleicht wird sie auch kommen mit Rachel. Ich bin gespannt, Leute, mal schauen, vielleicht verlässt sie auch die Runde. Wir schauen einfach mal. Am besten, ich geh jetzt auch nicht über die Clibia mich nicht, das wär geil. Hä, Bibi, komm her, steig mit ein, komm. Ja, warte, warte. Ja, steig doch ein. Du magst. Was denn, steig doch ein? Ja, komm. Warte doch. Na, warum steigst du nicht ein, Bibi? Steig doch ein. Du musst warten. Hä, ja, ich warte doch. Du sollst einsteigen, Willi, bist du lost? Du musst warten. Ja, ich warte doch. Ja, steig doch ein. Blume. Hä, warum ist da alles gut? Hä, steig doch ein, jetzt bist du lost. Warum mach ich da nicht um? Du bist einfach lost, Willi, weißt du, fahr alleine. Ich fahr selber alleine, du nervst mich heute. Oh, sie ist langsam, sie ist langsam akkro. Sie ist langsam akkro. Also, Wibi, stopp, 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 stopp. Oha, ey, Levin, schau mal hier oben. Ich glaube, warte mal, geh mal hier oben schauen, Digga. Oh, es ist gerade auch, geh mal hier oben schauen. Da war gerade was. Ist er ein Gegner, oder was? Ja, ich glaube. Hä, hier ist nix. Ja, okay, ja, ja. Du willst mich verarschen, oder? Ey, ich, ich brauch auch, ich brauch auch die 50 Leben noch. Ja, weißt du, hä, hier, weißt du, ich, hier gönne den Biggie einfach. Verarsch mich nicht. Ja, gib. Ja, hast du? Du, Meg, gib mir den Biggie. Der liegt doch hier, bist du lost, Willi. Hol ihn dir doch einfach. Du, Meg, gib mir den Biggie, bitte. Du hast, du hast schon, du bist schon voll. Ja, okay, komm, geh in die holen. Geh in die holen. Ja, hol ihn dir doch. Du willst mich verarschen. Jetzt haben die mich gesehen. Ja, dann hau einfach ab, dann lass den Biggie doch. Dann komm einfach mit. Ja, toll, perfekt. Ich hab sogar noch Schild anbekommen. Leute, sie wehren los. Ey, Leute, wir werden richtig zu Rachel bringen. Hä, Vivi, chill doch. Ich werd angeschossen. Ey, Leute, sie tut mir grad schon ein bisschen leid. Wir nehmen sie halt grad richtig aufs, Leute. Ja, egal, Vivi, egal. Nee, nicht egal. Leute, ich werd jetzt einfach diese Glühwärmchen suchen gehen, danach wird sie richtig zu Rachel. Glaubt mir, Leute, glaubt mir, glaubt mir. Ey, Leute, ich hab mir grad beim Suchen so ein Kanister gefunden. Ich glaub, damit können wir sie auch hartkutchen wollen. Ich glaub, wir trollen sie erste mit dem Kanister. Äh, Vivi, komm mal zu mir. Hä, ja, Vivi, Vivi, ich hab was für dich. Komm mal her. Es tut mir grad ein bisschen leid. Das war ein bisschen nicht korrekt so von mir, aber komm einfach mal zu mir. Ich hab was für dich. Komm mal zu mir. Du bist aber auch 10.000 Kilometer weg, ehrlich. Ey, halt, er läuft einfach ein bisschen schneller. Bist du faul, oder wie? Ne, komm mal zu mir. Pass mal auf, Vivi, pass mal auf. Duck dich mal. Mach mal die Augen zu. Mach einfach mal die Augen zu. Duck dich mal. Ja, duck dich mal. Ich hab was für dich. Okay, duck dich. Mach die Augen zu. Und jetzt schlag einfach mit der Spitzhack mal einfach nach vorne. Schlag einfach mal. So. Ja, und jetzt? Lumex, ich brenne. Lumex, ich brenne. Was war das? Hä, Vivi, warte. Keine Ahnung. Komm mal zu mir. Schau, ich hab's Flashes für dich. Warte, komm zu mir. Ja, hier. Ja, gib. Ja, hol sie dir doch. Hol sie dir doch. Schau hier vorne. Da steh ich nicht. Lumex, ich steh da nicht. Hä? Ich hab's dir doch gegeben. Bist du lost? Hä, Vivi? Bist du lost? Äh, Leute, Leute, ich muss jetzt trotzdem diese Glühbiramschen gründen. Ich will sie jetzt mal richtig nicht zum Ragen bringen, Leute. Ich gucke jetzt, ob ich die Glühbiramschen irgendwo finde. Leute, sie ist grad am Loot. Ich hab grad eine Glühbiramschen gefunden. Ich hab eh nicht welche gefunden. Easy. Wir sammen sie mal auf, Leute. Passt mal auf, was ich jetzt mache. Passt mal auf, Leute. Wir werden sie jetzt, wir werden sie jetzt Kompatops nehmen. Ich hab's sogar vier Stück. Passt mal auf. Äh, Vivi, weißt du was? Du warst da grad nicht ganz so gut drauf, so. Weil du einfach halt nicht ganz so gut bist, grad. Einfach ein bisschen schlecht bist halt. Ähm, deswegen. Schau mal, ich bau dir jetzt eine schöne Aussicht. Schau mal her. Komm mal mit zu mir. Schau mal. Eine Aussicht. Ja, der ist, nichts ist doch schöner. Was darf ich das sehen? Ja, komm einfach zu mir. Ne, guck mal zu mir. Hier oben sieht man voll viele schöne Dinge. Safe. Siehst du das nicht? Guck mal, diese Aussicht, die ist doch voll cool, oder? It was at this moment that he knew. He fucked up. Lumax! Ich, ey! Willst du mich verarschen? Ist das dein Ernst? Du baust mich runter? Junge! Äh, Bibi, nein, Spaß, komm her, ich hab ein Mad-Kit für dich. Komm zu mir, warte. Hier, hier ist das Mad-Kit. Wo ist die einfach? Ehrenlos, ehrlich. Also, das ist doch ein Mad-Kit, nimm's doch einfach. Du, Lumax, gib mir das Mad-Kit. Ja, warte, komm zu mir, hier. Hier, nimm das Mad-Kit einfach. Ja, endlich. Du kannst diese Blübeeren... Mann, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Du regst mich auf, ehrlich. Sie tut mir gerade schon ein bisschen leid. Meine Güte. Hä, was denn? Ist da alles gut, Bibi? Hör auf damit, Lumax! Was ist dein Problem heute? Hä, ist da alles gut, aber du bist gerade einfach los? Nee, ist nicht alles gut. Du wirst irgendwelche Glühwürmchen durchgegeben. Hä, Entschuldigung. Mann. Lumax, ey, du nervst, ehrlich. Hä, komm, ja, komm hier. Ich hör auf damit. Ja, geh das Haus rein einfach. Da hast du ein bisschen Sicherheit von mir. Geh einfach rein da. Was bist du los? Du verbrennst ja gleich. Bist du los? Ja, aber ehrlich. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ehrlich, Feuer, ich verbrenne. Nein, oder? Bibi, es gibt so einen Bug, wenn du das Mad Kid so weißt, du einfach, wie du jetzt mal so hoch wirst, dann bekommst du direkt vor, hier, probier das einfach mal aus, glaub mir. Oh, da passiert gar nicht. Wenn du so schlecht bist, musst du einfach mal ein bisschen ne His-Stuff dir holen. Das ist sogar ein Boss und ich kann ihn nicht gehen, weil ich wohn nicht. Du wohnst ihn halt nicht, aber wenn du gerade einmal los bist, Bibi, siehst doch ein. Hä, ich bin auch nur Mac! Mann! Mann! Das ist nicht dein Ernst, oder? Hä? Du wohnst den! Ähm, aber... Ich bin wegen dir gestorben, weil ich wegen dir das Mad Kid nicht nehmen konnte. Ehrlich, Feuer. Hä, das liegt nicht an... Danke für nichts. Nein, nein, du bist gerade einfach lost gewesen, Bibi. Siehst doch ein... Ich bin nicht lost. Du nährst mich heute, richtig. Gar nicht wahr, jetzt hör auf zu lügen, Bibi. Das liegt an dir nicht. Ich lüge nicht. Natürlich lügst du. Du lügst nicht mal meine Karte. Ja, ich meine, ich brauche einen guten Mitspieler. Was will ich mit dir? Du bist ja nicht mal gut so. Ein gut mit... Ja, warum zockst du dann mit mir? Ehrlich, oder was? Ja, das frage ich mir auch gerade so. Komm, dann zock mit wem anders. Ich kann auch gleich verlassen. Weißt du was? So, ich habe mich sogar nach Blumen gefragt, weil ich diese Blumen kaufen wollte und so. Und jetzt bist du einfach so schlecht und ich gebe sie nicht mal müde. Lumex, was ist dein scheiß Problem? Weißt du, wie du mich gerade nervst? Du nährst mich einfach komplett. Ehrlich, lass ein One-V-One machen, okay? Dann werden wir sehen, was besser ist. Du wirst zählsterben. Guck mal, du stirbst, glaube ich, an Zeitschaden. Guck mal, wie lust du bist, Junge! So dumm, ich verlasse direkt, ey! Oha, Leute! Sie ist komplett unranged. Leute, Share, Share, One-V-One gegen sie machen. Und wir schauen. Ich weiß jetzt einfach, ob es eine One-V-One war. Leute, ich werde mich auf jeden Fall immer noch entschuldigen, auf jeden Fall, Leute. Aber werden sie jetzt gemacht, ob es ne. Hey, Vivi, hast du jetzt Bock, gegen einen OG Renegade Raider zu verlieren, gekleppt zu werden? Ey, dein OG Renegade Raider ist kein OG Renegade Raider. Du bist einfach, du bist schlechter wie ein Low-Skin-Air. Oha, hör auf, Low-Skits, Riding, Low-Skits sind Ehrenmänner. Mann, wo ist diese Scheiß-Pump? Mann. Ja, komm her jetzt. Du suchst auch immer Behinderte-Mats aus. Ja, komm her, 3, 2, 1. Wer zuerst zwei oder drei Punkte hat, okay? Ah, Leute, sie denkt, ich bin... Aber ich kann gerade wieder auf mich bauen, Leute. Sie klappt mich halt jetzt einfach. Leute, Leute. Easy High-Ground. Bist runtergefallen, Leute. Nein, alles gut, nein, bleib ruhig oben. Leute, ich werde jetzt einfach richtig ehrenlos spielen. Ich werde mir einfach jetzt einen Bauholen, Leute. Und den Minigun, die werden sie jetzt richtig hochnehmen. Wenn es jetzt richtig schon wartet, passt auf. Aber wo bist du? Ja, ich komm doch, ich bin schon oben. Ich bin doch schon über dir. Hä, Leute, pass auf, was wir zu machen. Du bist nicht über mir, was laberst. Ich komme jetzt extra wegen... Wo bist du? Du bist unter mir, ich habe doch gesagt, ich bin über dir. Wirst du lost. Das ist Lumex. Das ist keine Waffe. Es war in diesem Moment, dass er wusste, dass er aufgerissen hat. Du spielst Minigun, aber trotzdem bist du lost. Sie hat mich gerade gekleppt, was? Leute, als wenn sie mich gerade gekleppt hat. Leute, komm, wir müssen sie jetzt noch ein bisschen nehmen. Ja, das war Spaß, Vivi. Komm, let's go, nächste Runde. Ja, das war Spaß, Vivi. Voll lustig. Ich lach mich tot ehrlich. Hä, ich nehme mich jetzt Hops. Was willst du, hä? Schau doch. Wir nicht mehr treffen kannst du. Siehst du, wie lost du bist? Er hat uns selber nicht getroffen. Was laberst du? Junge Minigun! Minigun! Was soll ich machen? Hallo? Wo bist du? Mann, lauf nicht hinter mir her. Geh weg. Hallo? Ich... Mann, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Mann! Hey, Vivi, warum bist du so schlecht, Alter? Ich habe gerade einmal ernst gespickt und schon kackst du rein. Ja, komm hier, ich gebe dich jetzt. Komm, let's go. Letzte Runde. Hier, du hast eine Runde durchschlag gewonnen. Eine Runde. Komm hier. Freu dich, freu dich ehrlich. Leute, sie ist gerade hardcore rage. Let's go. Okay, wartet. Leute, ganz ehrlich, wir schießen sie einfach runter. Wir schießen sie einfach runter, wartet. Du bist wieder unter mir. Hä? Hä? Warum bist du so weit unten? Du sollst dich unter schießen. Du kannst gar nichts mit deiner scheiß Minigun. Nicht mal treffen kannst du. Hä? Hä, natürlich. Hä, ich mache das... Hä, ich bin mit Absicht gerade schlecht. Chill doch. Ja. Hä, schau mal. Hallo, wir haben Pum, Pum und Ska gesagt. Pum und Ska. Was kommst du? Minigun. Minigun und boom. Wie soll ich da gewinnen? Lumex. Das ist unfair von dir. Ehrlich. Lass mich in Ruhe. Ehh. Mann, ehrlich, du bist... Du bist richtig ehrenlos. Du spielst mit irgendwelchen Waffen, die wir nicht mehr ausreden. Ehrlich, ich kann nicht mehr reden, ehrlich. Du bist einfach schlecht. Siehst doch ein, Vivi. Ich bin nicht schlecht. Du bist schlecht. Weißt du was? Komm jetzt runter. Letzte Entscheidungsrunde, weißt du was? Wir spielen jetzt ernst. Pass auf. Ich lege meine Waffen jetzt weg. Ich mache jetzt wirklich nur die erlaubten Waffen. Und bei jetzt gewinnt es einfach der bessere, okay? Okay, baue schon mal die Wall. Äh, äh, Wall schon mal. Okay, nice. Dann baue hoch. Wie gesagt, Entscheidungsrunde jetzt, okay? Jetzt riecht dich auf sie, Leute. Pass auf, wartet. Wartet. Ey, du hast wieder eine Minigab. Hä, nein. Das ist nicht verarschen. Gar nicht wahr. Schau mal. Und die sind dumm, ey. Mann. Sie ist gar mit der Ration. Hä, was machst du? Du bist lost, Vivi. Du bist lost. Was soll ich denn machen? Du bist sogar runtergefahren. Ey. Warum bist du so weit unten, Vivi? Hä? Warum bist du so weit unten? Was ist da los? Weil du mich runtergeschossen hast. Deswegen. Ach so. Headshot. Headshot. They ask you how you are. You just have to say that you're fine. And you're not really fine. But you just can't get into it. Because they would never understand. Headshot. Mann. Du willst mich doch verarschen, Rumei. Das ist dein Ernst. Oh, Leute. Das tut mir gerade schon ein bisschen leid. Ehrenlos, ehrlich. Oh, Leute. Wir müssen es auflösen. Wir sagen, Leute. Das tut mir gerade schon ein bisschen leid. Am Ende. Das kann doch so fies sein. Am Ende habe ich mir das Date vorgesauft, Leute. Ich, ich, wir müssen uns jetzt entschuldigen. Wir müssen uns entschuldigen. Äh, Vivi, komm mal zu mir. Komm mal zu mir, Vivi. Schau mal hier. Du willst mich wieder umhauen oder was? Nein, nein, nein. Schau mal, schau mal, schau mal so. Tolle Waffen hast du hier. Nein, 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 Vivi, schau mal. Ich habe dich ja vorhin nach Blumen gefragt. So, ne? Schau mal kurz mein Screen. Du hast ja gesagt, dass du Rosen so feierst. So, weißt du, das Ganze eben. Das war gerade nicht ernst gemeint. Okay. Das war ein bisschen Spaß. So, guck mal. Schau mal die Rosen. Du hast gesagt, du feierst pinke Rosen. So, jetzt habe ich pinke Rosen. So, ist das alles entschuldigen so? Du hast mich die ganze Zeit genervt. Wie soll ich dir das einfach entschuldigen, wenn du mir pinke Rosen kaufst? Ja, aber schau mal. Die riechen voll gut. Das sind deine Lieblings Rosen. So, schau mal. So, weißt du, das Ganze... Ich bin richtig ausgerastet wegen dir. Meine Eltern haben mir wahrscheinlich jetzt Hausverbot wegen dir gegeben. Oha, Vivi, es tut mir leid. Das darfst du jetzt nicht so ernst nehmen. So, weißt du was? Ich schenke dir die Rosen. Die bekommst du auf jeden Fall. Guck mal, die riechen. Das sind deine Lieblings Rosen. Okay, bitte verzeih mir, okay? Geh mir trotzdem aufs Date jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das noch machen soll. Ehrlich. Okay, Vivi, ich hoffe, dass wir, wenn wir wieder zocken, vielleicht mal, dass du trotzdem Lust hast. Das war, wie gesagt, halt wirklich nur ein Spaß. Wie gesagt, weißt du, da findest du Rosen cool, aber weißt du was? Du hast Rosen und Tulpen von mir, okay? Als Entschuldigung. Ist das okay? Ja, von mir aus. Okay, also wieder gut, okay. Leute, sie hat die Entschuldigung erstmal so heimhoffendlich angenommen. Das Date holen wir trotzdem hoffentlich irgendwann noch nach, Leute. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, war es jetzt mit dem heutigen Video. War wieder mega funny, einfach mal Vivi zu trauen, Leute. Dann würde ich sagen, vergesst nicht, Query Blumeys im Shop einzutragen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und also Entschuldigung, checkt mir Vivi ab, Link in der Beschreibung, Leute. Ansonsten würde ich sagen, war es jetzt mit dem Video. Haut rein. Euer Lumex. Ciao, ciao. Tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018